So, jetzt haben wir 24 Fackel, das ist schon mal was. Jetzt tun wir hier noch mehr Holzkohle erzeugen. Holzkohle erzeugen wir, indem wir Holz mit Holz verbrennen, ne? Weil morgen ist das PvP-Event wieder. Ja, also heute Abend. Ich werde das Dach eh nicht fertig kriegen bis zum PvP-Event. Aber zumindest Mob-sicher machen. Das wäre schon mal gut. Weil es ist alle in ihren Häusern geschützt. Langeweile, Ferien, dann haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Otchs Energy Drink, More Energy. Rufen Sie an unter 0123-3344556678 und kriegen Sie gratis Energy dazu. Böken Sie an unter 05-334-33425578 und kam in den Kljuschen zu, wenn wir mit einer Anpassung stehen. Vorabschluckstrum. Sie machen die Anpassung. Aufschluckstrum. Anpassung. Abgeheben Sie an Tile. Abgeheben Sie aber auch mal. Abgeheben Sie auf, was mancheineinander. Der Kunde war mir das sie an. So Leute, das war es auch schon mit dem Video. Wenn euch solche Special-Effect-Sachen gefallen, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch noch tun, würde mich auch freuen. Hier habt ihr noch zwei Videos, könnt ihr auch abchecken und wir sehen uns nächsten Mittwoch oder Sonntag. Ciao!